Wir sind auf dem Stand von Suzuki, sind Gast von Jörg Neff, Marketing- und PR-Direktor von Suzuki in der Schweiz. Herr Neff, was zeigt Suzuki an Neuheiten hier am Salon Genf? An der Neuheit am Salon Genf haben wir in erster Linie mal zwei Konzepte. Einer ist in der näheren Zukunft, das ist der Swift Range Extender, also Elektro-Akku-Antrieb, aber mit einem kleinen Benzinmotor, 660 Kubik, der dann einen Generator antreibt, für den Fall, um die Reichtweite zu verlängern oder wenn zusätzliche Leistung gefragt ist. Das ist momentan so, dass die Autos im Test sind in Europa, als Prototypen in den verschiedensten Ländern, um Erfahrungen zu sammeln, weil da natürlich andere Bedingungen sind als in Asien. Und in Asien ist das Auto aber schon homologiert und wird also wahrscheinlich in mittelfristiger Zukunft auch in Europa zu kaufen sein. Der genaue Zeitpunkt und natürlich auch der Preis steht noch nicht fest, aber das ist etwas, wo sich alle Suzuki-Fans schon einmal freuen können. Sehr gut, also das ist ein Blick in die Zukunft, also Umwelt, Öko, auch bei euch wichtig, obwohl ihr einen guten Durchschnitt habt von CO2-Emissionen und Kleinfahrzeugen. Aber ganz konkret, was gibt es eigentlich morgen Interessantes bei den Suzuki-Händlers an Neuheiten zu haben? Genau, ab sofort, ganz neu, der neue SWIFT Sport, der jetzt die neue SWIFT-Generation ergänzt, respektive komplettiert, sportliche Modelle, 1600er Motor, knackig sportlich, so ein bisschen das Go-Kart-Feeling, zu einem Hammerpreis 23'990 Franken, 6-Gang-Getriebe, alles komplett dabei, voll ausgestattet. Das lohnt sich sicher, das anzuschauen für alle, die gerne ein bisschen sportlich und sicher unterwegs sind. Dann haben wir natürlich, wie immer, für unsere Kundschaft attraktive Sondermodelle, da sind wir schon bekannt dafür in der Schweiz. Dieses Jahr, Thema Indigo, Thema Jeans, also den Farbstoff, wo man Jeans färben entsprechend, der blaue Farbton. Und da haben wir auf der ganzen Modellpalette, haben wir attraktive Sondermodelle mit zum Beispiel Jeanssitz, echten Jeanssitzbezügen, also etwas Spezielles, was dann eben nicht jeder Mann oder jede Frau hat. Und dort gibt es je nach Modell, Zusatzzustattung, plus auch noch gewisse Cash-Vorteile, bis zu 9'600 Franken. Also da kann man massiv profitieren, wenn man jetzt, in den nächsten paar Wochen beim Zucki-Händler hineinschaut und sich dort ein von diesen limitierten Modellen sichert. Sehr gut, sehr interessant, klingt spannend, exklusiv. Indigo-Modell, aber welche Baureihen sind denn davon alles betroffen? Gibt es das für alles oder nur ausgewählte? Wie sieht das dazu aus? Das gibt es wirklich auf die ganze Palette, also angefangen von unserem günstigsten Einstieger, vom Alto, über den Splash, den Swift, den SX-4, Kisashi, die Chimney, Grand Vitara. Also die ganze Palette, ausgenommen natürlich der Swift Sport, weil der ist komplett neu ab Werk sowieso, also da konnten wir nicht noch mehr drauf, weil der hat schon alles, was man haben kann. Gut, wunderbar. Dann haben wir eigentlich gute Zahlen in der Vergangenheit immer von Suzuki vernehmen können. Mit diesen Neuheiten sieht es so aus, dass er das im 2012 wiederholen wird. Und Road & Motor wünscht auf alle Fälle gutes gelingen. Gute Zahlen, besten Dank für das Interview. Besten Dank, vielen Dank.